Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich melde mich heute aus unserem Schweriner Studio. In Schwerin sitzt ja auch die Direktion der AOK Nordost für Mecklenburg-Vorpommern. An meiner Seite ist Herr Ahrens. Sie sind so etwas wie der Regionaldirektor der AOK Nordost und verantwortlich für Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das dürfen Sie gerne so sagen. Genau. Sie haben hier in Mecklenburg-Vorpommern die größte Krankenkasse. Deswegen wollen wir uns natürlich nochmal gerade Sie fragen nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen. Was kommt auf die Patienten, auf die Versicherten zu in Mecklenburg-Vorpommern? Und Sie haben rund eine halbe Million Menschen versichert in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das ist richtig. So 500.000 Menschen sind bei uns versichert, entweder durch eine eigene Beschäftigung oder Rentenbezug oder als Familienangehörige. Die sind in Mecklenburg-Vorpommern bei der AOK Nordost versichert. Dann gibt es ja den Bund. Der ist ja für die Gesetzgebung zuständig. Das heißt, Sie haben ja keine Landesgesetzgebung oder können das nicht selber bestimmen, wie Sie mit Ihren Versicherten umgehen? Nein, größtenteils ist es wirklich das Bundesministerium, also der Bundesminister, der bekannte Bundesminister, Herr Spahn, der für die Gesetzgebung agiert bundesweit. Und die gilt für alle Krankenkassen. Und natürlich gibt es im Lande Ausgestaltungsmöglichkeiten für das Bundesland oder im Bundesland, auch für die Krankenkassen im Kleineren. Aber ich sage mal, die meisten Dinge, die werden durch Bundesgesetzgebung schon beeinflusst und hergestellt. Und Jens Spahn ist ja jemand, der sehr aktiv ist oder macht zumindest so einen Eindruck, auf was Gesetzgebung anbelangt, was Verfahren anbelangt. Da wollte ich mal fragen, sozusagen, da geht es ja um das Erste, was natürlich für uns, natürlich für unsere Angehörigen teilweise sich auch auswirkt. Das ist die Pflege, die Pflegeversicherung, die ja neu geordnet wird. Da geht es ja um eine Offensive auch im Pflegebereich, 13.000 neue Beschäftigte. Wer muss das alles bezahlen? Ja, wer muss das bezahlen? Natürlich, das müssen wir als Gemeinschaft insgesamt ja tragen, was dort beschlossen ist. Also wir folgen dem Weg, den der Minister da gegangen ist, um in der Pflege einfach mehr das herzustellen, was da jetzt auch wirklich fraglich ist. Also wir kennen ja die Schwierigkeiten, Fachkräfte zu gewinnen, Fachkräfte zu haben für die Arbeit in den stationären Einrichtungen oder auch im ambulanten Pflegedienst. Der Minister hat das aufgegriffen, hat 13.000 Stellen in die allgemeine Finanzierung gebracht, also Abweich von der Finanzierung, die es sonst gibt, bundesweit. Und diese 13.000 Stellen werden am Ende durch die Krankenversicherung bezahlt. Schwierigkeit ist aber heute, auch dafür 13.000 geeignete Fachkräfte zu gewinnen. Wie viele Stellen werden das in Mecklenburg-Vorpommern? Das kann ich noch nicht so ganz genau sagen. Es ist ja mal so ein bisschen die Milchmädchenrechnung unterwegs gewesen, dass diese 13.000 Stellen noch nicht mehr reichen, um jedes Pflegeheim mit einer Stelle auszustatten. Und das wird jetzt gerade im Land erhoben und dann werden wir sehen, wie viele das auch in Mecklenburg-Vorpommern sind. Aber wie gesagt, die Schwierigkeit ist, am Ende auch dafür die Kräfte zu finden. Das ist ja heute schon eine Schwierigkeit. Sie sind ja keine Agentur für Arbeit, also Sie kümmern sich nicht darum, wo die Beschäftigten herkommen. Aber was muss man mitbringen, um in der Pflege beschäftigt zu werden? Ja, eine Ausbildung ist natürlich gefragt. Also entweder eine Ausbildung in der Krankenpflege oder in der Altenpflege, so wie sie bisher typischerweise war, oder Kinderkrankenpflege. Das wird ja gerade neu geregelt oder ist neu geregelt worden, die Ausbildung, und begibt sich jetzt in so eine Phase der Einübung. Da gibt es mehrere Modelle. Am Ende soll das ja eine Ausbildung sein, mit der die Menschen dann aber auch in unterschiedlichen Fachlichkeiten arbeiten können. Und die Ausbildung dafür, die ist gerade neu geordnet und die startet in den nächsten Jahren. Nochmal allgemein ein Wort zur Pflege in Mecklenburg-Vorpommern. Man spricht da ja oft, also aufgrund der Beschäftigungssituation schon von Pflegenotstand. Können Sie das bestätigen oder würden Sie eher sagen, das funktioniert? Nein, wir haben heute sicherlich den Mangel schon zu verzeichnen. Also ich kenne viele Unternehmen, die wirklich Schwierigkeiten haben für ausgeschiedene Mitarbeiter oder für neue Kunden, die sie bedienen wollen, weitere Fachkräfte zu finden. Und das ist so in den stationären Pflegeeinrichtungen so, das ist manchmal im Krankenhaus auch so, das ist manchmal in der Reha-Klinik so. Und in den ambulanten Pflegediensten gibt es schon diesen Mangel, der zu verzeichnen ist. Von einem Notstand mag ich ungern sprechen. Also im Moment sind wir dabei, diesen Mangel zu beobachten und da entsprechende Maßnahmen einzuleiten miteinander. Eine Maßnahme könnte die Digitalisierung sein, wenn man so spricht. Das heißt, dass man auch den Pflegekräften zum Beispiel in den Einrichtungen die Arbeit erleichtert. Jetzt muss ja natürlich alles dokumentiert werden, muss schriftlich irgendwo aufgefasst werden, muss dann abgelegt werden. Da entstehen natürlich Bände von Dokumenten zu den einzelnen Patienten. Da könnte die Digitalisierung ein Stück weit Abhilfe schaffen. Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, aber auch genau das hat der Minister aufgegriffen, hat gesagt, wenn ihr das in den Pflegeeinrichtungen in die Hand nehmt und eine solche Digitalisierung eurer Dokumente oder das Mittenanlass da auch auf die Beine stellt, gibt es dafür Zuschüsse. Der Weg ist anstrengend, aber Technik ist da. Und ich habe schon einige Unternehmen kennenlernen dürfen, die das gemacht haben. Und das ist wirklich eine spannende Sache und auch sehr hilfreich, weil es ressourcenschonend unterwegs ist und Menschen sozusagen weniger Aufwand dafür haben, das alles mit der Hand auf Papier anzufertigen, was durch einen einfachen Klick in einem guten Programm viel besser geht. Das sind ja große Investitionen für die Unternehmen, das kann man sich aber auch durchaus fördern lassen. Ja, wie gesagt, die Gesetzgebung hat dafür gesorgt, dass man dort Zuschüsse bekommt. Da wird keine 100-Prozent-Deckung unterwegs sein, aber ein Zuschuss in gehörigem Maße und das ist auch sehr zu empfehlen, sich das vorher anzuschauen. Und das, wie gesagt, Sie haben es ja gesagt, irgendwie Sie würden es den Unternehmen dann auch empfehlen, genau in diese Richtung zu gehen, sich da einfach kundig zu machen und auch zu investieren. Ja, ich glaube, da sind auch die Verbände, die ja die einzelnen Unternehmen beraten, auch sehr mit befasst, das zu zeigen, was da geht. Die Anbieter selber sind natürlich auch unterwegs und zeigen das. Ich kann nur sagen, so wie das in allen Branchen üblich ist, es ist eine Erleichterung, es ist ein schwerer Weg reinzugehen, man muss viel üben. Aber nach einer kurzen Zeit ist das wirklich ein großer Ertrag, der da kommt und wir können es dringend empfehlen, das zu tun. Bleiben wir mal beim Thema Digitalisierung. Digitalisierung, da gibt es ja in Mecklenburg-Vorpommern verschiedene Projekte, auch Pilotprojekte, unter anderem Hafnet im Ökerando-Kreis, das ist ja heute kein Kreis mehr, sondern im größeren Kreis Vorpommern-Kreiswald aufgegangen. Da ist ja auch der Gesetzgeber dahinter. 2021 soll es die digitale Patientenakte geben und im Hafnet-Projekt wird damit experimentiert, beziehungsweise nicht nur experimentiert, sondern ist das gelebte Alltag. Genau, da wird es eingesetzt und wir sind froh, einen Partner gefunden zu haben, der mit uns ohnehin das Thema Arztnetze zum Krankenhaus hin und zum ambulanten Bereich hin auch als Projekt mit aufgestellt hat. Und da sind wir schon gut miteinander am Arbeiten und deswegen ist es ein toller Partner, der dann auch solche neue Chance Digitalisierung mit ausprobiert. Und in Mecklenburg-Vorpommern ist das eine große Gruppe, die die digitale Krankenakte vor Augen hat. Und das pilotiert, was der Gesetzgeber für 2021 als Pflichtmodell auch uns ins Aufgabenbuch geschrieben hat. Wie ist denn die Bereitschaft der Patienten dabei mitzumachen? Da geht es ja um zwei Themen. Einmal natürlich Transparenz für den Patienten, dass der in seine Akte reinkommen kann, digital. Und natürlich Vernetzung der Ärzte untereinander. Wie ist da die Bereitschaft mitzumachen? Also wir beobachten momentan so die Bereitschaft der Ärzte und der Krankenhäuser miteinander zu arbeiten, Dinge transparent zu machen, sich gegenseitig Berichte zu zeigen, Diagnostik und so weiter. Das ist schon auf einem hohen Stand und das lebt natürlich vom guten Miteinander da in der Region. Und wie die Kunden darauf reagieren, das werden wir uns noch sehr genau angucken. Aber die Bereitschaft ist da, sich daran zu beteiligen und das auch gut zu verstehen, was Ärzte und Patienten da miteinander auch tun können. Also das ist schon eine Ecke, die sehr lebendig ist. Nun kann ich ja sagen, als Patient, naja, das hat ja bis jetzt auch mehr funktioniert. Da bin ich zu meinem Arzt gegangen, dann hat er sich das angeguckt und so muss das ja auch sein irgendwie. Was bringt das Neues? Was bringt das auch für Vorteile, diese digitale Patientenakte? Also die Akte bringt einfach die Vorteile, dass die Leistungserbringer, also Ärzte, Krankenhäuser, einfach das, was sonst an Papier hin und her geschoben wird, was doppelt gedruckt wird, was Patienten hin und her fahren müssen oder was geschickt werden muss, einfach zur Verfügung steht sofort. Und das entfällt einfach, dieser Papieraufwand an Archiven und auch am täglichen Anfassen. Das ist das, was dann der Patient nicht mehr selbst beobachten muss, sondern dafür ist gesorgt. Ja, und wie es in der digitalen Welt üblich ist, erfolgt das alles in Echtzeit. Das heißt praktisch, ich kann mich irgendwo hinsetzen, kann in Echtzeit irgendwo reingucken, muss nicht irgendwelche Akten und Unterlagen hin und her schicken durch Kuriere und so weiter. Ja, das ist in der Tat der heutige Stand und alles andere wäre dann ja nur der halbe Weg. Und wir sind froh, dass wir das sozusagen wirklich in Echtzeit da anbieten können und dann die Dinge, die sozusagen aktuell auch erstellt wurden, auch sofort zu sehen sind. Nun ist ja 2021 nicht mehr so weit weg, die Zeit fliegt ja. Wird das wirklich Realität 2021 oder sind die Zeiträume zu kurz? Also es ist wirklich nicht mehr weit hin und wir haben ja in der Gesundheitsbranche ja lange miteinander gerungen, überhaupt so einen Weg zu gehen. Und zu Recht hat der Minister da jetzt wirklich Druck reingebracht und hat gesagt, bis 2021 muss das fertig sein. Ja, es gibt die Modelle, die verschiedene Krankenkassen auf dem Gebiet jetzt entwickelt haben mit ihren Unternehmen. Und AOK kann das, wir können das für die AOK bundesweit anbieten. Daran ist sicherlich noch etwas zu arbeiten und muss auch kompatibel sein mit dem, was alle dann auch so haben. Aber wir sind auf dem Weg und wir glauben sehr gut daran, dass das auch 2021 perfekt zur Verfügung steht. Ja, anderes Thema ist sozusagen das Thema, große Thema Prävention. Sie bezeichnen sich ja selbst als AOK Nordost die Gesundheitskasse. Und Sie möchten natürlich am liebsten, dass die Patienten gar nicht, beziehungsweise gar nicht zum Patienten werden, gar nicht krank werden die Menschen. Und das kann man natürlich durch Vorbeugung erreichen. Und da bieten Sie natürlich so ein Leistungsspektrum an, dass Sie bestimmte Leistungen natürlich auch übernehmen. Ja, das ist unser Gesundheitskonto, so nennen wir das gerne, AOK Gesundheitskonto. Ist das auch schon digital? Ja, zum Angucken schon. Aber machen müssen wir es dann am Ende selber, weil in diesem Paket werden Dinge angeboten, die Menschen auch sich wünschen. Also eine professionelle Zahnreinigung, Beiträge zum Sportverein, Startgelder bei Sportveranstaltungen, osteopathische Leistungen. Die gehören ja grundsätzlich klassisch nicht zum Leistungspaket in der gesetzlichen Krankenversicherung, aber haben einen entsprechenden präventiven Charakter. Und deswegen fördern wir das auch, dürfen wir auch. So ist es auch abgestimmt mit den Stellen, die sowas dann auch zu genehmigen haben. Und unsere Patienten, unsere Versicherten können eben jährlich bis zu einem Betrag von 500 Euro aus den verschiedenen Möglichkeiten schöpfen und dort präventiv unterwegs sein. Wie komme ich da ran? Da kann ich im Internet nachgucken, kann ich mich im Internet letztendlich einbuchen, auch in diese Leistung? Genau, als Mitglied der AOK können Sie über eine App in dieses Verfahren kommen und dieses Leistungsangebot sich buchen. Das ist relativ leichtfüßig erreichbar und da sehen Sie dann, was alles möglich ist. Und damit können Sie dann auch arbeiten und sozusagen Ihre Leistung beantragen. Also es ist relativ schnell und flott und übersichtlich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Schwerin beim 5-10-Lauf mitmachen möchte, der ja Ende Juni über die Bühne geht, dann kann ich jetzt zu Ihnen gehen und sagen, Herr Ahrens, können Sie mir das Startgeld geben? Ja, das wäre ein gutes Beispiel. Auf jeden Fall, solche Dinge gehören dazu. Und da würden wir uns auch freuen, wenn Sie und andere das auch machen, weil das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn ich jetzt so in dem Alter bin, wo ich mit Smartphone und Computer so meine Schwierigkeiten noch habe irgendwie, dann müsste ich in die Geschäftsstelle gehen? Ja, dafür haben wir ja auch Mitarbeiter und Berater, die dann den Kunden helfen, über den Weg das auch abzurechnen. Das ist gar kein Problem. Ja, nun brauchen wir ja nicht im Detail erläutern, warum Prävention natürlich so wichtig ist. Aber vielleicht nochmal ein abschließendes Wort. Warum sollte man sich bewegen? Warum sollte man einfach fit bleiben? Wir sind so alt möglich. Ja, sitzen wäre ja das Gegenbeispiel oder nur schlafen. Ich glaube, das weiß jeder, dass es nicht gesund ist. Und sich aktiv zu bewegen im Alltag ist, glaube ich, das Einfachste, aber auch Wichtigste. Nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag ein bisschen. Und da sollte jeder sein Programm haben, vom Treppensteigen über ein wenig Radfahren und andere Dinge, die man auch sportlich machen kann. Ja, so sind Sie auch ein vielbeschäftigter Mann. Ich kann mir vorstellen, Sie sitzen ja auch viel in Tagungen, Kongressen rum, wenn man so will. Das heißt, mehr sitzen als Bewegungen. Wie machen Sie das? Wie kompensieren Sie das dann? Ja, ich bin derjenige, der dann gerne in der Freizeit ein bisschen was macht. Entweder am Wochenende oder auch am Tage. Aber ich sage auch dafür, dass ich auch Strecken zu Fuß gehe und nicht alles mit dem Auto bewältige oder auch Treppen gehe. Und am Feierabend zwinge ich mich auch ein wenig zu tun. Herr Ahrens, vielen Dank für das Gespräch und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sie haben es gehört. Bleiben Sie in Bewegung. Wir versuchen es auch und wir bleiben auch dran an dem Thema. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Interview der Woche. Wir freuen uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. 생각이 coeur. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.